Trotz Kursflaute. Immer mehr Bitcoin aus dem Verkehr genommen. Bitcoin-Anleger mussten in den letzten Monaten einige Rückschläge verkraften. Die Zahl der Hodler ist dennoch gestiegen. Das könnte dem Kurs zugutekommen. Die letzten Monate verliefen mit Blick auf die Bitcoin-Kursentwicklung für viele Anleger enttäuschend. Dennoch hält die Mehrheit an ihren Investments fest, wie eine Auswertung der Datenplattform Glasnode ergab. Drei Viertel aller Bitcoin sind demnach seit sechs Monaten nicht mehr bewegt worden. Dies könnte auf gesteigertes Vertrauen von Langzeitinvestoren hindeuten. Grundsätzlich verstärkt der Trend zum Langzeitinvestment die Verknappung und könnte sich somit positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um 2% auf aktuell 58.500 US-Dollar gefallen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.